Kaum hat die 17. Staffel von Let's Dance begonnen, kommen die Kandidaten an ihre Grenzen. Für Stefano Zarella kommt es jetzt richtig dicke. Ein Verbot wurde verhängt. Es gibt einige Dinge, bei denen Giovanni Zarellas Bruder Stefano Zarella wenig Spaß versteht. Das eine ist das Thema Essen. Immerhin hat der 33-Jährige hierzu als gebürtiger Italiener einen besonderen Bezug und arbeitet obendrein als Koch und Foodblogger. Thema Nummer 2 ist sein Aussehen. Immerhin legt der Let's Dance Kandidat großen Wert auf Style und ein gepflecktes Äußeres. Tanzpartnerin Maria Maxina hat genau an Letzterem nun aber etwas zu meckern. Denn der Sport, dem Stefano nachgeht, um sich fit zu halten, wenn er nicht gerade für Let's Dance trainiert, passt nicht zu der eleganten neuen Sportart und ihren Anforderungen. Let's Dance 2024 Profi Maria Maxina verbietet Stefano Zarella jetzt das. Das gibt es doch nicht, beklagt sich Stefano Zarella am Dienstag, den 27. Februar auf Instagram. Ich hab, übrigens Kraftsportverbot. Ich war grad so gut dabei. Meine Form war grad aktuell sehr stark. Der hübsche Italiener kann es nicht fassen. Wirklich, ich war echt gut dabei. Jetzt hab ich Kraftsportverbot, wiederholt er noch einmal. Jetzt werd ich so dünn, fürchtet er. Verhängt wurde das Verbot durch Tanzpartnerin Maria Maxina. Eine Begründung wird nicht geliefert. Doch vermutlich geht es dabei zum einen um die hohe Trainingsbelastung, bei der schon genügend Kalorien verbrannt werden. Zum anderen sind Tänzer in der Regel eher drahtig und dadurch leichter, beweglicher und schneller. Doch damit nicht genug. Auch Stefano Zarellas Haarpracht geht es jetzt dank Maria Maxina an den Kragen, zum Unmut des Foodbloggers. Die ist so böse, beschwert sich Stefano lachend in seiner Insta-Story. Sagt, ich soll zum Friseur gehen. Guck mal, ich seh so fresch aus. Meckert er, erklärt sich dann aber einverstanden, vom Freitag stanzt in Show 1 von Let's Dance etwas zu verändern. Und tatsächlich, noch am selben Abend postet der 33-Jährige ein Video aus einem Friseursalon. Ob die Haare wirklich gekürzt wurden, ist jedoch nicht ersichtlich. Denn in dem Clip geht es erstmal seinen Poren und den Nasenhaaren an den Kragen. Chemie zwischen Stefano Zarellas und Maria Maxina stimmt, doch der Kandidat kommt bei Let's Dance an seine Grenzen. Im Gegenzug hielt sich Maria dann übrigens beim Lunch zurück und stürzte sich trotz großen Appetits nicht direkt auf ihr Essen, damit Stefano Zarellas ein schönes Foto machen konnte. Bereits nach dem dritten gemeinsamen Trainingsstag am Montag nahm Stefano Maria übrigens mit zu sich nach Hause, um ihr seine Welt zu zeigen. Ein erstes Dinner-Date? Vielleicht, denn die Chemie zwischen den beiden Let's Dance-Singles stimmt. Allgemein tut sich Zarellas mit Let's Dance, aber nicht ganz leicht. Kurzes Zwischenfazit. So der Content-Creator am Dienstag, 27. Februar auf Instagram. Ich bin tot. Er sei sich bewusst gewesen, dass seine Teilnahme an der RTL-Show anstrengend werde würde, doch obwohl er, gar keine Heulsuse, sei, zeigt er sich von der extremen Belastung überrascht. Es ist so anstrengend für den Kopf. Ist echt nicht ohne, stellt er ernüchtert fest. Er ist so anstrengend für den Kopf. Vielen Dank.